Die Lux und der Master He wurden jetzt bereits eingeloggt. Eigentlich nicht schlecht. Bezogen auf die Midlane hat man auf jeden Fall viel Crowd Control dabei. Die Frage wird natürlich sein, was nimmt Papu jetzt? Yasuo! Er nimmt Yasuo! Das ist ja übelst genial. Die Frage ist natürlich, kann er das Ingame umsetzen? Das werden wir sehen. Meine Damen und Herren, willkommen zum Showdown in Wild Rift. Heute schauen wir ein paar speziellen Spielern über die Schulter. Wir sind also gespannt. Los geht's! Schieß auf Level 1, da wird direkt invaded. Oh, Lux geht rein! Oh mein Gott, she'll bait it! Also dieses First Blood war echt ein Geschenk grad. Aber jetzt mal ehrlich, spielen die mit Lenkrad? Triff mich Baron Lane, du alter Garen Main. 1v9 den ganzen Tag, ich bin der King im Game. Chase den Jungler, wir haben gleich das Ace-Yard. Yasuo hat nen Quadra, sack für meinen Laser. Kid Secured, easy game, erstmal shoppen. Und die Fessel trifft, ja das wird dich shoppen. Push rein, mach nen Gang und einen Doppel. Oh mein Gott, diese Lux ist nicht zu stoppen! Ich bin der Beste im Rift, bitte was, bitte wer ist denn Sola? Picke die Jinx, spiele ihm den Way in den Bus und sogar auf dem Sofa. Hänge im Busch, ganke die Lux und smite danach deinen Tower. Aus 1 werden 2, denn ich bin dabei, ja du weißt, dieser Yasuo macht Aua! Wild Rift, Wild Rift, kämpfen immer Seite an Seite. Komm und gib nicht auf, es geht noch weiter, denn wir werden niemals scheitern. Wild Rift, Wild Rift, kämpfen immer Seite an Seite, ja. Wir gewinnen, wir sind bereit, steh wieder auf, der Weg ist weit. So, Drake ist ab, jetzt müssen sie mal fighten. Oh mein Gott, was macht dieser Malfight denn? Jungler knock sie ab, und dann haben wir sie! Äh Digga? Ja, was? Ich bin Master Yi. Komm wir trappen sie, legt euch auf die Lauer. Nein, keine Zeit Lux, ich dive jetzt den Tower. Wollt ihr diesen Drake? Dann müsst ihr mich erst töten. Mein Game, meine Lane, meine Flöte. So, es wird knapp, sie brauchen diesen Teamfight. Ich geh rein! Ich hab Ult! Ob das hier zum Sieg reicht? Nur noch eine Wave, dann sind wir am Nexus. Äh, ich glaub das dringend jemand fackt muss. Wir werden gefackt durch! GG, das ist League, was hätten sie gewonnen, aber das ist der Defeat. Was hatten sie das Game? Alle noch am Leben, trotzdem jetzt verloren. Klassischer X-Pike. Wild Rift, Wild Rift, kämpfen immer Seite. Seite an Seite, komm und gib nicht auf, es geht noch weiter. Denn wir werden niemals scheitern. Wild Rift, Wild Rift, kämpfen immer Seite an Seite, ja. Wir gewinnen, wir sind bereit, steh wieder auf, der Weg ist weit. Wehe! SWEET Demoted.